ich habe gerade einen food hall meines gestrigen einkaufs gedreht mit sehr viel liebe und engagement sage ich mal und ich hatte heute vormittag bereits und besuch und war auch schon im cueltas unterwegs und hatte mir nur eine avocado mitgenommen es ist mittlerweile mittags und ich habe riesengroßen hunger und deswegen werde und möchte ich diesen food hall jetzt nicht nochmal drehen leider ist er komplett verkehrt rum also auf dem kopf leider ja da ich am anfang ja die den einkauf erst mal nur separat gefilmt hatte hat sich das ganze leider gedreht ja ich hoffe du kannst das video trotzdem anschauen ich habe es jetzt ausprobiert mit meinem handy ist es möglich wenn man das handy einmal komplett auf den kopf dreht und dann vorsichtig hin legt dann kann man es kann man diesen food hall trotzdem richtig rum anschauen ja ich hoffe das bekommst du hin ja das wollte ich dir nur sagen ganz wichtig ja und ich hoffe auf dein verständnis das war es auch schon dann bin ich jetzt erst mal wieder weg und sage wie immer bis zum nächsten video